Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Walking Dead 7.2. Beim letzten Mal ist das Windrad völlig abgedreht und jetzt ein Streuner bei uns. Weiter geht's. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße Scheiße, wer hat mich geholfen Scheiße Keep moving Look at this place You believe this fucking place, Bonnie? Power and everything A lot of windows, though Fucking huge Bill's gonna hate it Now the rest of them could be anywhere Man, how the fuck are we gonna cover these guys and look for them, too? Johnny, cover that window Scheiße Hmm 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 Scheiße Hmm Und wo sind Kenny und Stinks? Luke Look Listen, I'm only gonna ask you once Where's Rebecca? Sarah, look at me He's gonna be okay Rebecca! Rebecca! Our baby deserves to be raised in a place of safety I know you're out there And Elvin And Luke And the girl This is real simple You want this over quick You all play nice Enjoy your faces Please Hehehehe He'll kill him No, Elvin We gotta go down there I can't do that Back The baby You need a doctor No Where's Luke and Kenny? How the hell am I supposed to know? We have to help Carlos Only way to help him is to do what the man says What about Luke and Kenny? Look at those guns We start shooting and people are gonna die on both sides AHHHHH Clem can sneak out Find Luke What the hell is she gonna do? And you hurt him? Carver knows she's with us Just stop! Don't hurt my dad! Please We're going down there He'll kill you Fuck you Shoot him! Somebody just shoot him! Clem, go get help He'll kill him, Beck He'll do it anyway You don't know that I'll find Luke and Kenny Stay here God dammit You never did listen Hurry! Let's see if I can get your attention Agh! No! Ugh! 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 I will do that Thanks You're not fucking gonna- You're not fucking taking him I gotta be begging You're not fucking Es ist schrecklich, es ist schrecklich. Ich kann nichts sehen. Bist du gut? Was? Wo ist Luke? Ich weiß nicht, er war über etwas oder andere, also habe ich gesagt, ihn zu gehen. Ah! Oh, ich weiß nicht, er ist schlau. 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 Nice. Ich werde einen anderen von deinen Freunden fahren, und ich werde einen Schlauch in den Kopf legen. Oder Sie können jetzt verletzen. Deine Wahl. Motherfucker. Kenny, da vorne. Hi, Elton. Bill, nein! Bill, nein! Gib ihm zu stoppen! Kenny, stopp! Alvin! Verdammt. Das ist ein schwerer Schlauch. Was denkst du? Clem! Ich habe einen Schlauch. Keine Schlauch. Was? Er wird ihn verletzt. Wir können nicht nur aufhören. Kenny, er wird weiter tun. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Luke! Endlich, cut and run. Warum bin ich nicht so surprised? Ich habe dich verletzt. Ich habe dich verletzt. Ich habe dich nicht verletzt. Ich habe dich verletzt. Und, wo er dich hat. Aber du bist sicher. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. Wie eine Familie. Ich habe dich nichtsdest, ich kann mich nicht verletzt. Wir gehen nach unten. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. Scheiße, Mama. Scheiße. Das ist ein Schmau, bei der Locker-Dich. Das ist ein Schmau. Das ist ein Schmau. Das ist ein Schmau. Ich weiß, die Leute sind schweig über was passiert. Aber wir haben unsere Brüder und Schwestern. Und sie haben alle einen wichtigsten Rolle spielen in dieser Gemeinde. Sie sind aus der Kunde? Ja. Das bedeutet, dass sie nicht mehr zurück in die Földe können. Das bedeutet, dass wir nicht in unseren Hörtern finden, um sie zu verabschieden. Sie haben keine Ahnung. Die, die nicht akzeptieren, haben wir unsere Liebe. Sie haben sicherlich, dass sie es hatten. Die Wälder ist auf der Weg. Fuck. Und wo es liegt jetzt? Schatz. Das müssen wir uns jetzt wieder reinziehen. Voll das schöne Lied ein. Geht. Das ist ein Schmau. Das ist ein Schmau. Geht. Das ist ein Schmau. Das ist ein Schmau. Also, wir sehen uns schon mal. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020